Leute, da ist ein Roller. Wollen wir den kurz aufhelfen? Was? Komm mal zurück. Was ist da? Dem müssen wir helfen. Wie? Da liegt ein Roller auf dem Boden. Wollen wir den aufstellen? Ja klar. Komm mal an der Seite. Mein Rücken ist voll kaputt, ich krieg gar nichts hin. Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blacky ist am Start mit einem neuen Drift-Vlog. Mit dabei die Landratte Lukas Litt. Jawoll, was geht ab? Mit dem geilen Special-Hoodie, den es immer noch kurze Zeit gibt. Just saying. Bald ist er weg? Ich weiß gar nicht. Hoffentlich gibt es ihn überhaupt noch, wenn die Videos so vorproduziert sind. Ah, jetzt ist es glaube ich viel leiser. Warte, rede mal. Hallo. Ah ja, jetzt ist schön. Hallo. Warum kann der Fiat nicht nach links fahren, damit wir Platz haben? Ja. Auf jeden Fall waren wir hier unten an unserem Lieblingsspot. Da war ja kürzlich auch Kenny. Stunt Riding. Hat ein paar Burnouts gezogen. Das habe ich gesehen. Geiles Video. Mit dabei ist noch hier Tim und seine Crew mit seinem geilen Helm. Oh Gott. Eigentlich müssen wir mal die Story mit dem Helm erzählen, oder? Das machen wir. Nein, nein. Das ist heulich. Und zwar waren die gerade am Wasser und haben eine Fotosession gemacht. Und der Helm stand ein bisschen weit am Rand, sag ich mal. Ja. Und dann hast du den eigentlich runtergekickt, oder? Nein. Es war ein Windstoß, der lag. Oh Gott, ja. Wie kann man das so an der Grenze balancieren? Auf jeden Fall kam ein Windstoß. Und dann hat er das Ding da... Ist das Ding da aber 20 Meter oder wie hoch ist denn das? 15 Meter, 20 Meter? Ja, 15 Meter bestimmt. Bauen wir rechts oder geradeaus? Rechts. Und dann ist es da 15 Meter runtergefallen und da im Wasser lang geschwommen. Wahnsinn, ey. Hat seinen Helm verloren. So einen schönen 500 Euro Crosshelm. Und der schwimmt jetzt einfach über die Elbe oder durch die Elbe. Ja, weil der ist ja mit Chiropor und so. Der ist ja leicht. Der schwimmt ja oben. Der geht nicht unter. Und jetzt hat er so einen geilen alten Integralhelm gebracht bekommen, dass er nach Hause fahren kann, ne? Ich wusste, dass dein Mast. Hier ist einfach eine schöne Strecke. Hier kann man es wieder gut machen. Hier war doch wieder nichts, oder? Nee, nee. Hier war komplett. Danke. Links ist noch so ein Mittelstreifen auf die anderen Spuren. Es war kein Verkehr. Ich war darauf vorbereitet. Keine Fußgänger. Und dann ist es legal. Komplett. Keine Gefährdung. Danke. Ist halt einfach so. Der sah gar nicht so schlecht aus. Nö, der war schön. Schön. Schön war der. Schön, sag ich mal. Oh. Hier könntest du jetzt auch einen machen, so. Aber da hast du ein kleines Kind. Ja, ja. Hab ich nicht gesehen. Bei kleinen Kindern aber mal aufpassen. Ich meine, die sind so weit weg, würden die eh nicht schaffen. Und hier ist so eine Balustrade. Trotzdem. Aber bei vor allem Kindern muss man dann nochmal richtig aufpassen. Ja, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall mit dem Helm, Alter. Richtig witzig. Die haben ja noch bei der Wasserschutzpolizei angerufen und gefragt, ob sie den holen. Und die meinten so, ja. Ja, nö. Können wir, können wir nicht. Richtig geil. Das ist eine gute Aussage. Gott, ich würde so weinen, würde mir das passieren. Vor allem mit dem Sena dran, mit der GoPro dran. Oh, bei uns ist krass, habe ich zu ihm auch schon gesagt gehabt. Dass ich dachte, so mein Helm, ne. Der kostet 650 oder so. Die GoPro kostet 500 Tacken. Oder mittlerweile noch 400, lass es sein, weißt du. Und das Sena kostet auch nochmal 350 oder so. Ja. Da hast du fast anderthalb tausend Euro, die an deinem Kauf hängen. Wenn das da rein. Dann natürlich noch die Speicherkarten, wo natürlich sehr volles Material drauf ist. Ja, vor allem. Ja, aber ich habe auch noch eine 64 und eine 128 Gigabyte Speicherkarte dabei. Krank Junge, wie er abschießt er. Aber ein mega korrechter Kerl, den haben wir gerade eben getroffen. Der hat sich eine neue Kawasaki gekauft. Ja, und zwar, wie heißt sie nochmal? ZXX oder ZZR oder so. ZZXR, diese 1400er. Ja. Mit über 200 PS ist absolut krank. Also ich finde, die ist so ein bisschen bullig, ne. Für mich ist sie zu massig, aber hässlich ist sie nicht. Wenn du Supersportler fahren willst, ist sie schick. Und sie ist halt stabil, ne, weil sie ist echt fett. Und die hat halt auch echt so eine geile Farbe, ne. Da hat sie so schwarz-rot gemacht. Die Cover ist ja eigentlich schwarz-grün. Genau. Sieht richtig schick aus. Das sah richtig fresh aus. Da vorne ist noch einer. Guck mal, wie die da abballern. Ja. Abgefahren. So viele Motorräder ist ja immer noch dasselbe Tag hier eigentlich, ne. Ja, die Leute wissen gar nicht, was für eine Zeitblase wir uns befinden. Ja, ja, ja. Aber... Na, da müssen sie sich jetzt wieder gewöhnen. Vor allem im Sommer, dass einfach so ein immer vorproduziert wird. Ja. Weil sonst kann man das nicht einhalten, alle zwei Tage, beziehungsweise daily abzuloten. Weil wenn es mal drei Tage regnet, oder man mal krank ist oder so nicht fahren kann, aus irgendeinem Grund, dann würden keine Videos kommen. Um das einzuhalten, muss das einfach ein bisschen verschoben sein. Ich komm mal hier vor, wenn ich das kann. Ja, mach mal. Der lässt sich aber irgendwie wie so ein Burensohn. Irgendwie... Was ist das für ein Typ, Alter? Ich kann mal jetzt endlich über meine Kombi reden. So viele haben gefragt und wollen es wissen. Denn ich habe eine Speedy-Kombi. Danke nochmal an Speedy. Ich werde von denen gesponsert, beziehungsweise ich habe einfach die Kombi und die Handschuhe bekommen. Das ist ein Einteiler. Richtig fresh. Soll ich den mal abfilmen und ich schick dir das? Filmst du gar nicht? Nö. Filmst du nie, wenn ich aufnehme? Nö. Oh, sehr schade. Ich habe mich gefreut, dass ich nach Hause komme und das mit einbauen kann. Ach so. Deswegen so Reaktion aufnehmen, dann ziehe ich mir deine Daten rüber und dann kann ich immer so ein bisschen zwischen den Kameras... Also beziehungsweise jetzt. Also jetzt nehme ich gerade auf, ja. Perfekt. Aber halt ohne Ton, ne? Ja, ja. Okay. Den Ton würde ich ja eh von meinem Sehner nehmen. Ja, ja, eben. Na, zieh mal die Speedy gleich hoch. Ich kann das abfilmen. Ich fahr mal kurz hier. Ist auf jeden Fall eine echt schöne Kombi. Mega. Und eine relativ unbekannte Marke. Die waren früher extrem bekannt. Ich habe das meinem Papa erzählt. Der meinte, wie Speedy kennt man nicht. Ja, genau. Das war eine große Marke früher. Und ist doch geil, wenn die wieder geile Designs rausrocken. Auch mit dem Knieschleifer und so da unten. Ja, genau. Richtig geil. Schuhe bräuchtest du noch mal. Schuhe brauche ich. Habe ich auch gerade schon welche angeschrieben. Ja. Bin ich mal gespannt, weil diese Vanucci Schuhe sind einfach nicht gut. So, die quietschen, die sind nicht so geil einfach. So. Für den Anfang war das ganz okay. Aber jetzt... Reicht das auch irgendwann mit denen. So. Aber kommt ja alles. Kommt ja alles. Aber die sieht sehr schön aus. Ich finde das geil, dass hinten Speedy so richtig groß auf der Ni... Also so auf der Nierenhöhe. Ja. Drauf steht. Da müsste man eigentlich so eine Blackout Edition machen. Und dann müsste da Blackout stehen. Das wäre bestimmt ultra fresh. Beziehungsweise ich kriege ja von denen eine Mars Kombi vielleicht. Ach so, dann kannst du das ja sogar machen. Und kann es besticken lassen. Genau. Ja geil. Bin ich noch am überlegen, was ich da rauf packe überall. Ja, auf jeden Fall Landratte und Blackout. Also safe. Wie geil muss das sein? Auf jeden Fall. Also das wird richtig krank. Das ist so eine... Wie bei dem Pulli, den du jetzt gerade an hast. Ich würde wirklich so eine... So eine richtige Pop-Abschrift sehen. Also das ist so richtig raus. Weil die... Guck mal, jetzt ist es schon echt ein bisschen dunkler draußen. Und die poppt echt richtig geil raus. Ja, die Schrift von dem Pulli ist echt... echt richtig richtig krass. Gefällt mir auch super doll. Pass das auch, weil du weißes Dekor hast mit der Kombi und so? Mhm. Schon gut. Nice, nice. Aber mit dem Helm auf jeden Fall eine traurige Geschichte gewesen, Alter ey. Ja, aber auch irgendwie richtig witzig. Ja. Also wie kann einem denn das passieren? Also jetzt mal im Ernst. Also vor allem, dass er es nicht aus Versehen so weggeschlagen oder getreten hat. Sondern, dass es wirklich so ein Luftzug war, ne? Ja. So vom Motorrad mal runtergefallen, das kenne ich. Also wenn man das nicht richtig raufgelegt hat oder so. Aber so, dass er das so an die Seite legt. Ja, ja eben. So, dass es dann da runterfällt. Nee. Schon doof. Der im Bus auch wieder, der hat so komisch geguckt. So, hä, wir reden die miteinander. Was machen die da? Wie geht das? Es ist krank voll immer noch. Ich komme nicht auf klar. Ist echt so viel Verkehr, ne? Ja. Also ja, Verkehr vor allem. Gerade auch, ne? Ja, aber auch Leute. So viele draußen. Also so gut ist das Wetter ja gar nicht. Für mich ist es ja noch krasser, weil ich jetzt irgendwie gerade in Spanien war. Und jetzt hierfür ist das Wetter einfach hier so krank kalt. Ja. Ja. Was waren da? 15, 16 Grad? Digga. 17. 17. 17, 18 sogar. Richtig warm. Wahnsinn. Kann man das noch machen? Wir müssten hier mal durch den alten Elbtunnel fahren. Ich weiß nicht. Da kann man so einen Fahrstuhl so runterfahren. Ich glaube, das ist gesperrt, so für Motorräder und so auch. Weiß ich halt nicht. Aber Autos dürfen da glaube ich noch längst fahren. Ja, ich weiß. Muss man sich mal informieren. Es gibt da so special Regelungen oder so. Kann sein. Ich will auch noch mal so eine Beta 125 oder so fahren. Ich glaube, mit der kann man so voll witzig Kacke bauen. Ich glaube auch. Also für Wheelies üben wir das echt ganz gut. Vor allem. Ja, total. Kupplungs Wheelies halt. Aber wobei es dann wieder echt schwerer ist als zum Beispiel mit der SMCR oder halt mit so einer 350er, 400er, 500er oder irgend sowas. Aber ich glaube, so für 125er vor allem ist Sumo somit das geilste. Ne? Ja, das stimmt. Habe ich aber auch schon im Video gesagt. Also da geht am meisten nach vorne. Ja. Also so von Alisa die 125er YZF ist halt echt so lahm. Ich finde Naked oder Sumo. Ich finde Naked ist geil, weil das ist noch so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja halt ein Ticken sportlicher, sag ich mal. Ja, aber du hast trotzdem so, dass du noch gut als Fahranfänger damit üben kannst. Ja. Weil du kannst leichter einschlagen in Kurven und so, weil du einfach einen breiteren Lenker hast. Und 125er hat einfach alle die Vorteile, die du nicht, also äh, die Supersportler 125er haben alle Vorteile, die du nicht nutzen kannst. Genau. Von Sportlern. Weil du kannst nicht ganz sportlich fahren. Ja, ja. Und deswegen ist es einfach echt so ziemlich unnötig, weil die hat einfach wenig Power so. Musst du halt hochdrehen und so, ne? Ja, klar, also ich hab die YZF da, die 125er YZF R oder wie, ich weiß gar nicht wie die heißt. Aber ich hab die auch mit 1516 gefeiert, ich hätte die auch gern gehabt. Oder ich damals die 100 CBR 125 R. Konne ich mir einfach nicht leisten so, ne? Ja. Das war schon so ein bisschen mein Traum. Ne, das stimmt schon. Aber ich finde zum Beispiel Sumo 125er würde ich mir glaube ich selber auch holen. Du kannst einfach viel mit machen. Ja. Machst du dir ein bisschen Cross Sachen dran oder so? Kannst du da noch im Matsch rumfahren? Oder machst du Wheelies oder sonst was? Gaffst du? Was? Hast du gerade gegafft? Ne, ich weiß gar nicht wohin. Achso, da war gerade ein Mädel und du fühlst deinen Kopf so aus. Echt? Ne. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Unterbewusstsein. Echt, ja. Aber wer kennt das nicht auf dem Motorrad immer wenn der Blick so geht. Ja genau. Einmal ausgecheckt. Aber dunkles Visier. Ja. Keine Ahnung. Das ist der echte Grund warum wir dunkle Visiere haben. Ist so. Das ist der einzige wahre Grund. Beziehungsweise uns einfach so, ich finde, gar nicht um aggressiv zu machen, aber diese Einschüchterung ist ganz geil. Wenn ich so ein Autofahrer irgendwie dumm anpöbelt oder sein Fenster oder durchs Fenster so guckt, ne? Und du guckst ihn an und du siehst halt sein Gesicht, aber er weiß nicht, wie du gerade guckst. Ist schon geil. Ja. Ich finde, es hat schon was. Du grinst ihn halt an und du könntest auch so böse sein. Ja genau. Du weißt es halt nicht so. Ich finde das so witzig. Und meistens sehen Helme ja schon eher böse aus, ne? Also. Ja, vor allem hier jetzt mein Spider-Man oder so. Das sieht richtig geil aus. So. Auch aus deiner Sicht so, ne? Ich zeige mal die Sicht von... Ich fahre gleich mal näher ran, wenn er... Ich zeige mal die Sicht von Lukas während ich hier rede. Guck mal, was der für eine krasse olivgrüne Folierung hat. So. Ich hoffe, man sieht das hier irgendwo. Der ist schon fresh. Auch vorne mit den Augen dann so, ne? Boah. Ja. Schon geil. Also mir gefällt der echt. HJC hat einfach echt, muss man sagen, richtig geile Helme. Ich warte auf einen Hulk-Helm. Ich will einen Hulk-Helm haben. Der gab's doch oder nicht? War das nicht die Sache, die es gab, aber die wieder rausgenommen werden musste, weil der so eine Deli hatte oder so? Genau, der war eingedeckt, weil das so ein Hulk-Smash darstellen sollte. Also als wenn er da so ihn haut oder in den Helm reingeschlagen hat. Aber das war dann leider doch nicht irgendwie halt, ich weiß nicht, TÜV? Ist das TÜV? Auf jeden Fall. Ne, diese E-Nummern. Diese E. E. E-Prüfnummer. Auf jeden Fall nicht konform damit. Wo fahren wir hier eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Die kennen mich doch wieder nicht aus. Die, die hinter uns denken, dachten auch, ja, jetzt fahren wir mal schön mit. Ja. Können wir ein bisschen durch die Stadt fahren. Dann fahren wir hier in 30er-Zonen. Also ich weiß halt, wo wir sind so. Aber wie sind wir hierher gekommen? Und wie kommen wir hier wieder raus? Das weiß ich nicht. Also wer liebt es nicht, durch 30er-Zonen zu fahren? Toll, ne? Wobei letztes Mal, als wir durch den Wald gefahren sind in dem einen Video, alle auch so voll geil, dass du da längst gefahren bist. Ja, voll geil! Obwohl wir uns eigentlich gefahren haben. Ja, aber ich glaube, es ist so die Abwechslung, weißt du? Ja, ja. Das ist auch mal cool, weil hier passiert wieder so viel, ne? Hier kann man so uns zuhören, was wir so labern. Und es passiert um uns rum viel. Man sieht hier Leute, die Bier trinken, die reden, streiten, lachen und so. Also es ist irgendwie so belebbar. Es ist so ein lebender Ort. Wenn man jetzt irgendwie guckt, wie jemand über die Landstraße fährt und da passiert nichts. Alltag ist das hier nach Mandeln. Richtig lecker, ne? Oh mein Gott! Alles klar, ich gehe auf dem Dom. Oh, Motorrad. Oh, herrlich. Oh, das ist echt vom Dom. Ich hole mir gleich echten Mandeln hier oder so. Alles klar, wir müssen mal mit dem Veranstalter sprechen und dann fahren wir mit dem Motorrad mal über den Dom. Das würde niemals klar gehen. Du darfst nicht mal Fahrrad drauf fahren. Mit einer Sumo auf der Autoscooterbahn. Ja, WTF was? Übertreibt noch mehr. Sorry. Das wäre ja schon richtig geisteskrank irgendwie. Schon, ja. Aber sehr witzig. Wir fahren jetzt echt so eine ziemlich langweilige Strecke, ne? Aber der Dom ist echt geil. Guck mal, da sind Leute, die gehen einfach auf so einen Turm, der hochfährt und dann dreht er sich halt eine halbe Stunde da und du kannst dir alles angucken. Junge, und es ist so kalt und so teuer. Total bescheuert. Also kurz zusammengefasst, hast du ja echt recht. Das war auch immer in meinem deutschen Unterricht früher, meine Gedichtsinterpretation. Eigentlich total bescheuert, Punkt. Das war's. Never. Nein. Aber ich war mal richtig schlecht. Ey, ich habe 15 Seiten Gedichtsinterpretation gemacht damals und habe vier Punkte bekommen. Also vier oder so. Ich war bei einem Lehrer, der hat das nicht gecheckt. Ich habe mein Handy einfach in meinen Duden reingelegt und habe das mit in die Klausur genommen und habe einfach dann das Gedicht gesucht und dann gab es so ein paar Gedichtsinterpretationsseiten. Ich habe es eins zu eins abgeschrieben. Krank, ey, Next Level Cheating. Ja, einfach im Duden drin. Weißt du, ich habe mir das so ausgeschnitten, dass mein Handy da so drin ist. Hä, Junge, du hast das Buch kaputt gemacht? Ja. Wofür riech ich ja, wenn du ein Handy hast? So, und das hat er nicht geahnt. Das war schon witzig. Wie cheatet ihr so? Das ist aber schon auffällig. Nö, ging. Guck mal, da kennen uns wieder welche. Das ist so witzig. S3. Oh, dann mach mich ja gleich. Junge, Paff Junge. Die mal Gas hier, Kollege. Paff. Ey, heute war echt krass. Oder heute haben wir uns so viel erkannt. Bestimmt 20 Leute oder so. Das ist echt witziges Leben so. Man ist ja kein Unmensch. Nö. Ah. Da kann man denen ja kurz nur Freunde machen, ne? Aber das ist ein Einteiler, oder? Ja, ja. Krass. Krass. Einteiler ist geiler, finde ich. Ja. Der sitzt besser, der passt sich besser an und so. Ich habe mir einen Zweiteiler damals geholt, weil ich keine andere Schutzjacke hatte. Also jetzt habe ich ja die City Guard und so. Ähm. Und dann habe ich die Jacke ab und zu so benutzt, weißt du? Ja. Und... Jo. Habe ich gerade gesehen. Das war knapp. Aber nicht geblickt am Anfang. Leute, da ist ein Roller. Wollen wir den kurz aufhelfen? Was? Komm mal zurück. Was ist da? Dem müssen wir helfen. Wie? Da liegt ein Roller auf dem Boden. Dem müssen wir aufheben. Wo, Junge? Oh, fuck, Junge. Oh, war das knapp. Was? Da vorne. Hä? Du musst zur Hilfe schreiten. Hä? Warum denn? Das können wir doch nicht so liegen lassen. Ich dachte schon ein Unfall oder so, Junge. Hä? Ich lauf mit dieser Kombi so witzig. Hä? Hat den jemand umgeworfen? Sollen wir den aufstellen? Ja, klar. Guck mal an der Seite. Oh, mein Rücken ist voll kaputt. Ich krieg gar nichts hin. Ja, ich mach das auch alleine. Uh. Hat der einen Ständer? Ja, der Spiegel, da kann man hier so... Ich glaub, da wurde auch liegen gelassen einfach. Also ich glaub, das ist einfach ein Müllmodell. Was ist Carbon hier vorne? Hä? Wir sind einfach... Lukas, wir sind einfach Samariter. Wieder jeden Tag eine gute Tat. Mindestens. Und das war eine gute Tat. Aber eben vorne, der S3 ist voll Gas gegeben und dann biegt so ein Taxi ab. Der ist fast reingeknallt. Oh man, das hätte schon wieder mir so leid getan. Oh, um Gottes Willen. Ja, man. Heute waren echt viele knappe Aktionen. Aber wir haben einen Roller gerettet. Wir haben ihn echt gerettet. Guck mal, was jetzt für Mercedes gleich kommt. Wo wir vor den alten in einem anderen Video gesprochen hatten. Der ist ja so wunderschön. Richtig cool. Die haben auch irgendwie Hochzeit oder so. Ich bin jetzt richtig fertig. Kannst du fahren? Ja. Puh. Na gut. Ich würde sagen, wir haben eine schöne gute Tat verbracht. Hä? Sein Nummernschild ist BMW. Ja, das ist... Berlin und dann MW. Also das ist Next Level. Ich dachte gerade, das war der Marlon gewesen. Da war ein M2, aber es war nicht. Lass mal rechts abbiegen. Ne, links abbiegen. Ich dachte nicht, dass man hier links abbiegen kann. Ich bin richtig fertig jetzt. Ja. Ein Kombi zu gehen macht einen so kaputt. Na gut. Fuck ey. War das ein Video? Aber eine gute Tat. War schon wieder richtig lustige Sachen passiert. Aber ich denke, ich blende mal das Video, oder? Ja. Das war doch jetzt gut. Also für diese gute Tat auf jeden Fall ein Like nach oben lassen, dass wir diesen Roller gesaved haben, den irgendjemand wahrscheinlich so da liegen lassen hat einfach. Das ist ja so Großstadt, so Fahrräder liegen auch irgendwie so kaputt rum und es juckt keinen. Nichtsdestotrotz, denke ich war das eine gute Tat. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Tschüs! Machts gut, Peace, und aus Rheinland Raten Ciao! Das ist Kandy, Kandy Riding in the ghost like it's candy Do it for my family and my Grammy One day I'ma get a fucking Grammy Driving real slow, understand me Fight, all these women dangerous I'ma be in Los Angeles They ain't on the same